ein fröhliches miau und herzlich willkommen zu einer neuen folge fernsehtag und so wir gucken erstmal was haben wir denn heute geschafft ich habe zu viel hier ausgegeben gehe ich von aus wir haben haben wir neue rekorde geknackt die frage wir haben mehr zuschauer haben aber weniger umgesetzt das heißt für morgen geht es darum da ich habe jetzt über mir überlegt wir machen das so jetzt also abends brauchen wir irgendein guter also teiler klatsch ist irgendwie nicht so dass was wir gerne hätten verstehst du teiler klatscht das ist kohle natürlich so heute äh caption filter ist ganz gut also da können wir erstmal hier gucken siehe das hat also gut geklappt outträgt und sei dort singen nachts super outträgt ich habe wieder vergessen zu speichern call it tiger klatsch speichern so morgens kommt dann kommt captain fälscher noch mit mittelguter abends kommt dann dort konnten dann spon suchen schade schade schadig 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 abends hier eine richtig teure Scheiße sieh dir einfach richtig teure Scheiße abends einfach so BÄM und ihr denkt so Nachts haben wir gesagt machen wir Cyborg Sing mit guten mit normalen Dings so was haben wir heute gesendet Tiger Clutch wiederholen was können wir können wir mittlerweile ein noch eine Produktion Magazin Schokommerz ne können wir noch nicht ich brauche noch mehr Scheiße ich will mehr wir haben doch noch Menschenswert die neue Reality Show die wir ins Leben gerufen haben wir voll Idioten hier Reality wo ist Reality wo ist unsere Reality Menschenswert da Menschenswert Bumsier 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 Bärchen so und dann kommt noch mal Menschenswert nachts ihr Programm speichern das ist eine Wiederholung Programm speichern so haben wir für morgen alles und da wird dann das einfach machen können so Bums Caption Fail schon Bums Tiger Clutch Bums Tagesüber machen wir machen wir noch machen wir noch was hatten wir Qualit hatten wir Bums dann noch mal Tiger Clutch ist das echt Bums Abend machen wir dann hier muss dann Menschenswert Bums Bums teuer können wir richtig teuer 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 erstmal speichern so jetzt brauchen wir Marketing nochmal hier ist das echt ist das echt ist das echt speichern wunderbar machen wir nochmal ich weiß mach mal weg da ich muss nämlich jetzt Serien so kaufen ich brauche jetzt neue Filme für abends denn mit dem Leben bitte danke Bekanntheit Genre ja egal kann ich mir irgendwas davon leisten zu 99% nein das heißt wir müssen wieder Donnerstag haben wir ja geschafft irgendwie du ich sei Gott Sinn Menschenswert und Doppelfolge ist das echt Freitag brauchen wir noch Prozent Füllen ich habe den jetzt geholt denn mit dem Leben denn mit dem Leben speichern wir haben noch vergessen seit Potsingen um eine Uhr nachts zu bringen seit Potsingen also wir brauchen noch meine Damen und Herren wir benötigen noch eine Serie genau eine Serie brauchen wir noch kann ich mir alles nicht leisten kann ich mir nicht leisten kann ich mir alles nicht leisten ich brauche noch eine Serie eine Serie Magazin mehr nie nini showsport habe ich komerrat was gibt es noch bei so komerz so neues konzept dauerwerbesendung nie 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 lieber nicht kann ich hier noch irgendwie wird innen sport wird gibt es in der sport so schön ist noch sommer sport wie beachvolleyball blablabla leichtathletik volleyball hockey ratsport rennsport reiten tisch tennis billiard na alles schlecht show aber schon magazin was gibt es noch so vom magazin morgenmagazin wirtschaftsmagazin wissensmagazin politikmagazin sportmagazin kulturmagazin kindermagazin infomagazin informagazin sportreisemagazin trendmagazin wir machen noch eine show wir machen noch eine show leute ganz klar wir machen noch eine show und es wird eine müssen ihren gewinner spielen eine spielschuhe genau das ist eher unterhaltung und wir nennen es game game zocken 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 oder rocken zocken oder rocken zocken oder rocken das hört sich gut Newcomer bla 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 ja ja wo gibt es nicht du du spielst um alles du spielst um alles genau produzieren neue zocken oder rocken ich habe dann nix drin also müssen wir dann mal sehen was sind günstiger ich glaube ein besseres budget ist besser so zocken oder rocken so haben wir haben wir jetzt genügend für donnerstag ja zocken oder rocken bitteschön 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 kann nur schlimmer werden samstag haben wir können das auch noch kurz samstag machen das heißt das ist echt volle preis hier dann noch was haben wir hier kommt call it hier morgens kommt kippen fällt schon was haben wir noch tiger klatsch bumsen und dann noch was noch hier kommt menschenswert bumsen und dann machen wir zocken oder rocken noch hier bumsen und nachts muss ich dann selber ziehen selber ziehen und die befehlt wieder 1 irgendwas denn ich habe immer irgendeine bescheuerte serie was habe ich nicht anders ich habe doch menschen zu mitten ich habe bräuchte noch irgendwas für samstag was sie nachts irgendein schwachsinn weil ich nachts senden könnte kommen wir machen jetzt hier flurbing wiederholung doch machen wir machen hier die reality wo ist die schatzreality ihr menschenswert das keine wiederholung machen dafür hier flubbing billig so nee kann ich nicht auch trick so so sieht das gut aus das sieht super aus so wir haben jetzt gut vorgearbeitet ist halt nicht das spannendste was wir gerade machen und ich glaube wir werden nicht so viel mehr von diesem projekt sehen weil es ganz nett ist nicht so dass bands baby beste das einzige ich will euch unbedingt noch zeigen wie das hier aussieht ja das einzige weil ich euch noch gerne zeigen möchte serien film und events wenn wir das haben wird auch ende wir sind ganz klar ich kann lust drauf wir haben auch noch nicht so die großen erkenntnisse wenn ich euch mal kurz zeige heute ist das ja ihr seht euch erst sehr früh aufnehmen ne ich hätte vielleicht noch mal bestimmt warten können dann hätten wir ein bisschen bessere bilanz aber ich kann nicht immer erst oben was weiß ich wie viel uhr nachts aufnehmen verstehe ich kann ich nicht ich nehme immer so rund um 18 19 uhr auf das jetzt zumindest weil ich mich immer echt spät sonst was sonst nehme ich um die 16 15 15 16 uhr auf verstehe versteht ja und da habe ich echt schon schwierig gehabt hier bis 19 uhr zu warten dass ich das euch zeigen kann wie flubbing ankommt ja ich hoffe ihr versteht das ich würde euch gerne noch paar sachen zeigen aber die luft ist halt raus und deswegen haben wir jetzt auch heute donnerstag so morgen warte ich kann euch noch zeigen heute ist mittwoch wir haben schon für morgen vorbereitet das heißt was wir immer machen wir haben auch für freitag und für samstag schon vorbereitet fehl da das heißt da muss ich das nächste mal erst aufnehmen das blöd ich kann schon viel aufnehmen na auch egal oder sollen wir da kommen da ich echt beruhe haben möchte weil ich muss das immer tag so am samstag muss ich aufnehmen wenn ich für sonntag das noch einstellen kann deswegen machen wir das jetzt kurz noch weil ich will das sonntag erst wieder aufnehmen das heißt tiger klatsch um sie denn hollett jetzt deutlich ich brauche noch jemand sein wird singen speichern so was habe ich noch nicht für meine von mir an show ich habe klatsch ich habe menschen ich habe doch noch irgendwas habe ich vergessen oder wird warten am samstag da muss doch immer noch was mehr zocken oder rocken habe ich vergessen zocken oder rocken zocken oder rocken zocken oder rocken da ist die show ich suchte und ich bräuchte noch eine show eine show bräuchte ich noch wiederholung das ist eine wiederholung das ist ganz klar wiederholung ganz klar wiederholung ganz klar wiederholung einfach nur einfach ganz klar wiederholung so damit haben wir samstag auch keine wiederholung doch hier eigentlich eine wiederholung raus machen ja no meide die P Mennen 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 Obtliger Outtrick 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 Und dann machen wir hier Mordor 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 zum 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 wir machen jetzt einfach so haben wir doch was oder ja passt schon passt wir haben überall alles belegt wie es mir doch relativ lange also fertig damit tschüss und mir auch schauen